Ja, St. Martin, eine relativ kleine Insel jetzt hier in der Karibik. So, aber dann heute doch mal ein bisschen weniger Shopping, weil es geht raus zum Airport, Airport St. Martin. Der ist ja berühmt, berüchtigt, ja, für seine Nähe direkt am Meer. Und jetzt gleich mal so den Schwenk da hin. Also das ist dieser Flugplatz direkt am Meer. Und oh, 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 oh. So, mein lieber Mann. Karibik, das ist also dieser spektakuläre Flughafen hier. Ja, Volksfeststimmung. Leider hat es den Strand hier weggefehlt, beim letzten höheren Wind. Und jetzt warten wir halt alle, bis der nächste Flieger kommt. Oh, der kommt aber ganz, ganz hoch da rein. Da hat er noch ein bisschen was vor. Steht ja fast in der Luft. Ja, saubere Landung. So, jetzt kommt mal wieder so ein bisschen größerer Brumme. Oh, 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 oh. Astong, Astong. Polinesis wieder im Abflug. Boah, das ist ja wirklich spektakulär hier. Ja, dadurch, dass es hier den Strand zum Großteil weggefegt hat, ist es hier auch nicht so ganz ungefährlich. Weil, äh, das ist oben die Straße zum Parkplatz. Und, ähm, ja, ist alles ganz eng, ganz, ganz viele Menschen. Und jetzt startet einer. Und wieder alles in der Aufregung, ich natürlich mit dabei. So, jetzt habt ihr auch mal freie Sicht. Boah, das ist schon hammerhart hier. Also, das ist ja der Wahnsinn. Ja, also dann nochmal so diese Schiffe von Neckermann. Tourismus, Carnival Magic und Voyager of the Seas. Da oben ist diese Rutsche. Ja, das wäre sowieso nichts für mich. Nach dem Abendessen gestern, nach dem guten Essen, würde ich wahrscheinlich in dieser Röhre da irgendwo stecken bleiben. Also dann doch lieber wieder hier, Aida Luna. Aida Luna. Ja, und dann nochmal, wie immer so, an dieser Stelle, am Ende vom Video ein Summary. Ja, die Busfahrt raus in den französischen Teil. Ja, war schon interessant. Ja, unvermeidlich. Wieder dieser Stopp in diesen Einkaufszentren. Aber man konnte schon sehen auf der Fahrt. Ja, es ist Holland, es ist Frankreich. Es ist alles doch mehr aufgeräumt. Ja, ähm, die Häuser, die Villen. Es ist schon, hier ist einfach mehr Geld. Es ist, ja, europäisch organisiert. Und, ähm, die Weiterfahrt dann an den Airport. Ja, spektakulär. Also ich fand's richtig toll. Ich hab auch noch weitere Videos in YouTube eingestellt. Manche haben gesagt, das brauchen wir nicht. Also ich denke, für Jungs ist das ein absolutes Muss. Und dann sage ich jetzt an der Stelle mal wieder auf Wiedersehen. Bis demnächst zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.